Hallihallo und herzlich willkommen liebe Fans und Zuschauer von meinem YouTube-Kanal. Dankeschön! Ja, einfach vielen Dank! Ich war vor kurzem auf den Videodays in Köln und habe dort zum zweiten Mal in Folge den Community-Preis von 1,31TV gewonnen. Und das alles nur wegen dem grandiosen Support von meinem Video Hashtag Ungeschminkt, welches ich im März hochgeladen habe. Das Geld wurde auch schon investiert, nämlich für eine neue Kamera. Warte, ich zeig sie euch mal. Ich bin jetzt auf Sony umgestiegen. Hier, das ist meine neue Kamera. Ich bin mit dieser Kamera auch noch nicht so sicher. Theoretisch müsstet ihr hier unten rechts auf 4K klicken können. Wenn nicht, dann habe ich irgendwas verkackt. Nun gilt es aber für mich, diesen Titel nächstes Jahr zu verteidigen. Das Thema für den nächsten Wettbewerb lautet Community. Ich möchte ein Video machen, das ausschließlich aus Material besteht, das ihr mir zuschickt. Und nun, um einmal ein paar Basics abzuklappern. Wer darf mir was zuschicken? Absolut jeder, der möchte. Auch die großen YouTube-Stars, wenn sie sich nicht zu fein dafür sind. Was sollt ihr mir denn überhaupt schicken? Eine Aufnahme von euch. Gerne auch zusammen mit euren Freunden. Ganz egal, ob im Wohnzimmer oder draußen irgendwo. Kurz und knapp könnt ihr mir folgende Sachen in euer Video packen. Was ihr eben möchtet. Eine Begrüßung. Hallo Master Jam, ich bin Max Mustermann. Ich nehme dir jetzt ein Video auf. Eine Aussage. Community bedeutet für mich, dass ich bei den VJs ganz viel Geld ausgebe, um mich stundenlang in eine Schlange zu stellen, um ein Foto mit einem Superstar zu kriegen. Etwas Positives über mich. Master Jam, ich finde es toll, dass du immer so tolle Witze machst. Etwas Negatives über mich. Ich finde es ganz schön ekelhaft, dass ihr in euren Videos immer Unterwerk trägt. Wie sollt ihr mir das schicken? Schickt mir euer Video bitte per E-Mail an die Mailadresse sperling.masterjam.de. Hier unten eingeblendet oder auch in der Videobeschreibung. Sollte eure Datei zum Schicken zu groß sein, könnt ihr dafür auch die Plattform WeTransfer nutzen. Worauf sollt ihr achten? Achtet bitte darauf, dass es nicht zu lang wird und dass ihr euch kurz fasst. Denn das finale Video auf meinem Kanal darf nur 91 Sekunden lang sein. Wenn ihr irgendwo so eine Billigkamera rumfliegen habt, dann nehmt es bitte damit auf. Ansonsten ist ein Handy natürlich auch okay. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir zahlreich vielleicht mit euren Freunden etwas zuschickt. Denn dann könnt ihr euch schon alle bald auf meinem YouTube-Kanal wiederfinden. Unter allen Einsendungen verlose ich einmal diese Apple World Pictures Abrechnung, welche ich vor zwei Jahren bei Ask Jam schon mal verlost habe, dann aber verloren habe und nach dem Umzug wiedergefunden habe. Aber diesmal geht sie ganz, ganz sicher raus. Sie wurde auch von Chan Tenzo mir unterschrieben, was es jetzt auch nicht unbedingt wertvoller macht, aber das ist eine kleine Möglichkeit sich zu beteiligen. Gebt mir ruhig schon mal Feedback in den Kommentaren, wann und ob ihr mir etwas zuschicken wollt, damit ich weiß, auf wen ich noch warten kann. Ich werde natürlich regelmäßig in die Kommentare gucken und auch schreiben, wenn ich genug habe. Oder vielleicht habt ihr auch selber eine Videoidee zum Thema Community und wollt mir Konkurrenz machen. Dann nehmt doch einfach selber am Wettbewerb teil. Alle Informationen dazu findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, Daumen rauf, haut raus und vergesst nicht meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Ciao.